In diesem Video gucken wir uns die besten Fahrradhelme für Kinder an. Alle Kinderfahrradhelme sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Wenn ein Kind das erste Mal auf einem Fahrrad sitzt und beginnt, selbstständig damit herumzufahren, ist das ein großartiges Gefühl für das Kind sowie für die stolzen Eltern. Zumindest so lange, bis der Nachwuchs das erste Mal den Kampf gegen die Erdanziehungskraft verliert. Bei einem Sturz mit dem Rad besteht erhebliche Verletzungsgefahr. Der am meisten gefährdetste Bereich ist der Kopf. Ein Fahrradhelm schützt dein Kind und ist daher mindestens genauso wichtig wie ein verkehrssicheres Fahrrad. Abus Scraper 3.0 Kit Der Scraper 3.0 ist ein Fahrradhelm für Kinder mit ABS-Hartschalentechnologie. Er weist ein modernes und urbanes Design auf und eignet sich für das Radfahren in der Stadt, für BMX-Fahrer und für Longboarding. Der Helm ist in sechs Farben erhältlich. In der Größe M ist er passend für einen Kopfumfang von 54 bis 58 cm. Optimal ist der Helm in der Größe S für einen Kopfumfang von 51 bis 55 cm erhältlich. Der Helm ist in den Farben Orange, Blau, Grau, Grün, Pink und Schwarz erhältlich. Das Besondere an der Optik dieses Kinderhelms sind die besonders stark glänzenden Farben. Der Helm ist sowohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet. Der Helm hat am Kinn und am Kopf einen angenehmen Sitz. Ein halb umschließender und mit dem Verstellsystem verbundener Kunststoffring sorgt dafür, dass sich der Helm individuell anpassen lässt. Für zusätzliche Bequemlichkeit beim Tragen soll das Belüftungssystem mit vier Lufteinlässen und vier Luftauslässen sorgen. Für den Winter ist separat ein Winterkit erhältlich. Alpina Chimo Flash Hohe Sicherheit bei hohem Komfort. Das verspricht der Alpina Kinderhelm Chimo Flash. Er ist durch die vollständige Verbindung zwischen dem ESP-Kern und der Außenschale extrem leicht. Die Größenanpassung funktioniert über ein stabiles System, das mit einem zusätzlich freigleitenden Kopfband im hellen Innenraum kombiniert wird. Für Sicherheit sorgen zahlreiche reflektierende Elemente auf der Außenschale, etwa Aufkleber und ein LED-Licht. Optional verfügbar ist ein Micro-Vleece Winter Cap für kalte Tage. Die Außenschale ist dank Keramik bruch- und kratzfest. In den kleinsten Größen bringt der Kopfschutz ein Gewicht von 230 Gramm auf die Waage. Zur Verfügung stehen die Größen 45 bis 49 Zentimeter sowie 47 bis 51 Zentimeter. Alpina sorgt mit insgesamt 12 Designs dafür, dass dein Kind leicht ein Modell findet, das ihm zusagt. Seien es Einhörner, Autos, Blumen oder Drachen. Uwex Kit 3 Der Uwex Kit 3 besteht aus zwei Komponenten. Dabei handelt es sich um eine Außenschale und die ESP-Innenschale. Die stellt eine hochwirksame Sicherheitskombination dar, denn außen ist der Helm schlagfest und innen stoßabsorbierend. Mit dem Fast Adapting System Gurtband ist der Kinderhelm leicht und stufenlos an die Kopfformen ihres Kindes einstellbar. Außerdem verfügt dieses Modell über das Uwex ISA-System, mit dem weitere Anpassungen an die Kopfformen möglich sind. Natürlich sind Lüftungsschlitze am Helm vorhanden, die für eine gute Belüftung des Kopfes sorgen. Die hohen Sicherheitsstandards dieses Helmes wirken sich allerdings auch etwas auf das Gewicht aus. Mit 350 Gramm gehört dieser Helm nicht gerade zu den leichtesten Vertretern. Lieferbar ist er in den Größen 51 bis 55 Zentimeter sowie 55 bis 58 Zentimetern. Dieser Kinderhelm ist in 17 Farben erhältlich, darunter pink, orange, grün oder schlichtes schwarz. Mit Sicherheit ist ein Modell dabei, das deinem Kind gefällt.